Wer war sonst noch Traitor, außer Peppy? Ich! Na Peppy war nicht Traitor, früher als er ich war. Ich! Ja. Du? Ich hab euch schon mal verweggenatzt. Ihr seid doch beide nicht gestorben, warum hatten wir denn dann gewonnen? War da Zeit rum? Es sind einfach nur zwei Einheiten im Vorbeiter. Wird dann die echte Zeit angezeigt? Äh, ja. Glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob sie immer angezeigt wird, aber im Normalfall schon. Ah, ich bin schon wieder in O! Ja, 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 ich bin Detective. Was heißt denn schon wieder, Inno? Du warst doch gerade eher ein Traitor. Ja, ich bin immer nur Inno, ich will aber auch ein Detective sein. Ach, die Comrades werden ja auch angezeigt. Interessant. Okay, cool. Okay, Blacky steht AFK rum. Ja, ich bin Detective. Das ist mega. Das würde dich sowas von schneller schießen. Genau. Sonst würdest du ihn erschießen, ja. Ja, ich würde ihn erschießen, wenn er Inno wäre. Also, Inno oder Traitor. So, Leute, was meinen denn eine Health Station oder ein Radar? Keine Health Station. Also ein Radar ist klug, man weiß immer, wo Leute sind. Erst Health Station, wenn du weißt, wer irgendwo ist. Oh mein Gott! Gubi! Nur hier, weil du hier bist. Happy, ich bin über dir. Oder vielleicht sogar einen Visualizer hast. Das ist unfair. Ich gehe mit der Shotgun runter. Ja, ich nehme Visualizer. Komm wieder hoch, wenn du eine Sniper hast. Bist du auch wieder hoch, wenn du eine Sniper hast? Nein, ich bin nicht auf dem Klo, aber ich sehe, dass du ins Klo rein willst. Nur Shotgun ist auch so, und das ist halt echt unfair. Ich stehe hier oben auf dem Berg. Happy kommt nur hoch, wenn er eine Sniper hat. Wie? Ach. Da ist gerade jemand drin. Lecky, kann ich irgendwie Vertrauen zu dir erwecken? Ähm, kann mir mal jemand sagen, warum... Äh, weiß nicht, keine Ahnung. Lecky, ich bin über dir. Lecky, ich bin über dir. Du bist so ein Glatzkopf mit Brille, ich weiß nicht. Ich hab alles Knopf hier weitergeworfen. Nicht erschrecken. Ich hab ne Rifle. Kann mir jemand verraten, warum auf der Toilette vier Feuer-Emprenn-Granaten sind? Ah, fuck, ich... Da hatte jemand Durchfall und hat jemand Granaten gepackt. Hat jemand Curry gegessen, das ist denn zweimal. Ähm, Pecky. Ganz besonderes Curry. Ich sehe ja den Weg zu uns ab. Insie. Ihr sagt mir, falls ihr sofort eine Leiche seht, ne? Das ist wichtig. Ja, ja. Geh da nicht hin. Da ist Insie. Insie, geh weg. Ich hab dich gewarnt, Alter. Immer noch Feuer. Leck. Ja, ich hab nichts abgekriegt. Okay. Also, hat jemand schon eine Leiche gefunden? Ja, nein. Das kommt aber keiner. Ich bin hier oben auf den Bergen und überwache die... Hä? Die Gegend. Siberius! Was ist? Du hast geschossen. Nein, ich hab nicht geschossen. Hier schießt ihr. Warum schießt ihr aufeinander? Siberius hat geschossen. Warte, warte, warte. Lass mich gucken, lass mich gucken. Äh, da ist... Was heißt hier, lass dich gucken? Nein, 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 ich guck. Ja, Traitor, Traitor, Mann. Ich sehe es doch auch. Ja, aber das kann man... Das kann man fälschen. Dario war Traitor. Nein, das kann man nicht fälschen. Siberius war... Ah, ne. Dario. Dario war Traitor. Also, auf jeden Fall hat Kubi gerade Dario erschossen. Ja, Dario war Traitor. Auf jeden Fall hat Kubi gerade Dario erschossen. Ja, aber ich hab mich nur gewehrt. Er hat zuerst für mich geschossen. Oh. Du hast auf mich geschossen? Na klar. Alter, warum ist auf... Wenn die Toten reden, du. Ich hab übrigens damage gekriegt. Okay, dann fehlt nur noch ein Traitor. Oh, da oben hat er sich eine Eingeliebe. Ich bin mir da nicht so sicher, weil Kubi ist zuerst zu der Leiche gegangen. Hat Dario geschossen? Ja. Der Traitor kann... Der Traitor kann da rumfriemeln mit. Ey, Bregi, hast du gesehen, dass Dario geschossen hat? Ja. Hast du irgendwas... Ich hab gesehen, dass beide geschossen haben. Bier du! Okay, dann ist die Bias noch. Und wo ist der? Wo ist der? Ja, komm schon. Ah ja, ich hätte auch von oben noch. Das steht nicht von rechts, wenn ihr untersucht, ne? Ja, aber das kann man ja faken. War wohl nix. Laser. Also du warst tatsächlich Traitor, Dario? Ja, ja. Ja, ich hab vermied. Man kann da nix dran. Ich bin zu nur, wie ich mit den Sachen hier. Ja, ich gebe zu, ich weiß nicht, wie es auf diesem Server ist, aber... Ich hab das schon gesehen, dass man das faken kann. Es gibt einen Deathfaker, das ist alles. Ja. Wo man seinen eigenen Tod mit Falschschaden faken kann. Also im Klartext doof. Hm, würd ich nicht immer sagen. Naja, man kann's gut nutzen, wenn man mit vielen hohen Freunden weiterarbeitet. Auf jeden Fall. Natürlich. Und dann ist man einfach, naja, hallo, ich bin tot. Na ja, das so irgendwann... Und dann schon noch, ähm, Disguiser und fertig. Sollte ja der Plan sein, dass, äh, die anderen irgendwann merken. Okay. Und dann die anderen verdächtigen. Ja. Dario, glaubst du nicht, dass du nochmal Traitor wirst? Hast du so viel Angst? Hm, ich bleib dir das neuer Schniper. Guck mal, ich bin Detektiv. Oh nein. Ich will Detektiv werden mal. Yeah. Jetzt geht's ab. Du hast irgendwas eingestellt, wo du nicht Detektiv werden. Gibt's zu. Gibt's da, warum schießt du? Nö, du, keine Ahnung. Wie viel, wie viel... Äh, nö, müsstest du können. Du hast Karma voll, also. Warum schießt du? Ja, das ist ja so komisch. Ich hab auf, äh, Fässer geschossen. Hab ich doch gesagt. Also. Bero. Kannst du irgendwie, kannst du mich irgendwie bestätigen als Nicht-Traitor oder so? Keine Ahnung, wie soll ich das machen? Äh. Keine Ahnung, kauf dir was Feines. Moment, what, what? Au. Ich weiß nicht. Ähm. Der Trick geht so, du gehst so in die Ecke und sagst so. Hey, stört mich nicht. Wer auf mich drauf schießt, der ist Traitor. Stell dich mal aufs Klo. Aha. Stell dich mal drauf. Oh Gott, hier sind wir zu fünft. Gubi, ich schieße sonst. Jetzt sind wir hier schon zu sechs, also ne, danke. Wer flieht? So viel Bombenpotenzial. Ich bleib hier oben. Wir stehen hier alle. Leg' ne Granate rein. Wieso? Was ist da? Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Das ist mein Berg, das ist mein Berg. Wow, Brandgranate. Nehm nun Teile spielen, wer jetzt wer hier oben stehen darf. Jetzt müsstest du fast schon den Heiler kaufen, weil du dich selbst verletzt hast. Aua. Aua. Und hier oben ist der Himmel. Was kann denn das Ding hier? Dann will ich da hin. Okay. Dann will ich das dann. Ich will auf jeden Fall wieder dein höchste Detective sein. Okay, jetzt darf ich bei dir sein. Ähm. Wir machen das wie vorher. Kalle war vorher schon Traitor, als es los ging. Ihr erschiebt euch jetzt einfach gegenseitig. Nein. Okay. Oh, Becky hat okay gesagt. Becky hat okay gesagt. Untersuchen, untersuchen, untersuchen. Inno. Halle. Inno. Ja, Kalle war Traitor. Okay, das hat sich schnell gelöst. Also, Kubi, du könntest jetzt immer sein. Also, irgendwie. Glaub ich aber irgendwie nicht. So einfach, wie du einfach, äh, bereitst mich alle... Was denn? Lauf hier nicht so shifty rum. Ja, ich versuche einfach in Deckung zu bleiben, falls alle noch anfangen zu schießen. Okay. Okay. Was geht? Schere sterben hat deine Freundin ruhig. Ja! Hey, wer war das jetzt? Wow. Du musst mit der rechten Handkante ins Gesicht geschlagen. Einfach. Ohne Annahme. Wer war das? Peppy. Wieso? Genau. Wieso ist Peppy jetzt gekillt worden? Ich meine, cool, aber... Wieso? Ähm, Ausschlussverfahren. Kubi hat zwar Blacky gekillt, hat aber auch noch einen Traitor gekillt. Soll ich dir mal was sagen? Darf ich eigentlich ausschließen? Entweder A, er hat einfach gerandom gekillt als Traitor und hat auch seinen Traitor-Kollegen gekillt oder, da ich hier nur war. Nö. Kubi, ich war mir ziemlich sicher, dass du nach dem Schuss tot warst. Deswegen hab ich nicht nochmal geschossen. Achso. Ja, aber ich hab mich gewundert, hä? Das war nicht leer, oder? Peppy, wo bist du? Peppy, wo bist du? Ich wüsste jetzt auch mal gern, wer mich letzte Runde umgebracht hat. Ich hab nur das getan, was der Detektiv gesagt hat, okay? Ja, ich hab dich umgebracht, weil der Detektiv hat doch gesagt. Du hast mich doch gar nicht erwischt, du warst doch schon tot. Es war doch jemand anderes. Ich kann jetzt auch einfach alle umbringen. Einfach nur Ausschlussverfahren, weißt du? Ja, auch schon eine gute Idee. Weil du dann sofort ja gesagt hast, hab ich halt gekostet. Ne, Peppy, wenn du einfach nur alle umbringst, ist das nicht das Ausschluss, sondern das Abschlussverfahren. Ich komm hier nicht raus. Dario, warum standest du grad auf der Stelle? Übrigens, ich bin wieder Detektiv, also wir haben wieder eine gewonnene Runde. Danke. Das war jetzt der erste Ausschlussverfahren. Gilt doch, ich hab mich gekillt. Ausschlussverfahren. Warum standest du auf der Stelle? Das war das beste Ausschlussverfahren. Wer will das Ausschlussverfahren testen? Dario, du bist grad sau leise, Alter. Hey Dario. Wie komm ich hier raus? So, was treibt ihr so? Das ist der Detektiv. Ja, ich bin der Detektiv. Warum standest du auf der Stelle? Weil ich kurz ein Kerl an meinem Handy war, mein Gott. Ja, ja. Warst du vielleicht auch im Tradershop? Nein. Auch im Tradershop. Auslussverfahren, Auslussverfahren. Findest du Headshots geil? Die Frage, geh ich bin bei Dario. Hallo. Äh, ja. Alex ist tot und war Trader und er ist gestorben an. Siehst du? Das Ausschlussverfahren funktioniert. Was machst du da hinten? Irgendwie versuchen rauszukommen. Okay. Ich hab hier gespawnt. Peppy, was hast du denn da? Du musst es auf der anderen Seite bei dem Tunnel versuchen. Da kannst du auf den Zug drauf springen. Also, ich hab ihn definitiv nicht erschossen. Ich hab zwar ne Shotgun, aber ich hab ihn definitiv nicht erschossen. Ja, das Ausschlussverfahren funktioniert. Ja, ich auch nicht. Happy hat auch ne Shotgun. Kalle, was sagst du? Ja, ja. Ich hab ihn umgebracht. Das Ausschlussverfahren funktioniert, sag ich euch. Na ja. Gut. Einer ist schon tot. Was soll das jetzt? Hilfe. Ja, er hatte ne Shotgun. Ja, aber ich denke, Alex ist Traitor. Warum hast du dann Peppy erschossen? Dann ist es doch gut, dass er ne Shotgun hatte. Das macht Sinn. So weit hab ich nicht gedacht. Wenn du willst, kannst du mich erschießen. Da ist ein Innocent draufgegangen. Da ist ein Innocent draufgegangen. Ja. Durch mich. Und wer hat den jetzt erschossen? Ich, Tobi. Aber erschießen nicht. Erschießen ihn nicht. Tobi. Wieso? Weil er dumm war gerade. Ich war echt dumm. Ich hab nicht irgendwie gepeilt, dass es so zwei Traitor gibt und dass dann, ja, die sich ja wohl nicht gegenseitig umbringen. Und verteidigen kann ich jetzt nicht als Traitor-Kollege, weil ein Traitor schon tot ist. Okay, da ist. Ja, okay, Alex ist schon tot. Achso, ist schon einer tot. Ganz sicher. Ja, Alex. Der liegt hier. Alex war Traitor. Untersuchen doch. Das ist richtig Shotgun gefahren. Funktioniert. Und tatsächlich. Peppy, du bist tot. Du darfst auch nichts mehr reden. Ein Fass. Dario hat auch ne Shotgun und Dario war zu dem Zeitpunkt hier. Soll ich... Hey, das stimmt nicht. Das stimmt. Ich bin innocent. Scheiß bist du. Hör auf mich zu schießen. Warum? Schießt auf mich. Warum? Schießt Scooby auf mich. Okay, dann ist Scooby. Ich bin's nicht. Hä? Wer lebt noch? Zum Heulen. Ich bin es nicht. So, ich bin in einem Raum. Ganz ehrlich. Was geht hier ab? Das geht so nicht. Danke, Alter. Die Taktik ging auch. Warum schießt ihr euch denn alle? Weil wir alle ne Shotgun irgendwie hatten und... Na, ich nicht. Spoiler Warning. Ich bin's. Ja, ach nee. Und ich komm hier hinten raus, weil ich so blöd bin, um da Druck zu helfen. Das geht auch nicht. Ach, du bist da immer noch drin. Ach, das ist gut. Danke für die Info. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, der war schön. Oh, der war richtig schön. Oh, der war richtig schön. Wie hätt ich wissen können, dass sie in zwei Sekunden explodiert. What the fuck? Und vor allen Dingen durch die Wand hindurch. Oh, ist das shit. Ah, what a shit. Ich hab nicht. Einen Schuss gemacht in der Runde. Ja, das geht gar nicht. Das war ne scheiß Runde, ehrlich. Ich hab einen Schuss abgegeben. Und das war mein Schuss auf Peppy. Peppy hat mich danach gekillt. Und hier tut euch gegenseitig, killen wir noch was. Danke. Mein Karma, Alter. Ich flieg gleich raus. Ja, mein Karma erst. Was fliegt man denn raus? Ich hab 1000 Karma wieder von vorher. Ich darf jetzt keinen mehr killen, der kein Traitor ist, sonst kann ich nicht mehr Detektiv sein. Voll die Scheiße. Ich hab 677 Karma. Ich sag das. Das ist toll. Das ist toll. Ja, stimmt. Du kannst nicht mehr Detektiv sein inzwischen. Bei 607 und was weiß ich. Ja, wann kann man das nicht mehr? Ich kann nur noch Detektiv sein. 700 hab ich eingestellt. Moment. Der mal auf 200. Hey, das ist sehr wahrscheinlich, dass ich Detektiv wäre. Aber wenn du jetzt eine Runde lang niemanden erschießt, dann hast du gerade 7 Punkte genug, um wieder zu werden. Alter, ihr? Munition? Ja. Funktioniert. Ja, nachdem ich dich einmal angeballert hab. Du bist bei mir? Au. Ja, ich war grad hinter... Hi. Ich war... Hinterhai. Willst du wieder an deinen Platz gehen? Da komm ich nicht hinter. Da komm ich nicht hinter. Na doch, doch. Ups. Hier bei dem... Hier hinten bei dem Zug. Warte, ich schieß drauf. Hier legen heute echt ne Scheiße Waffen rum. Hier. Also ich hab ne Sniper gefunden. Okay. CubeSight hat grad jemanden erschossen. Ja, er stand AFK rum, hallo? Er stand AFK rum. Ja klar, weil du auf jemanden geschossen hast. Ja, er stand AFK rum. Soll ich denn erschießen? Ja, ich bin hier oben. Ich weiß... Es ist immer so, wenn Leute 50 Minuten länger... 50 Sekunden AFK stehen, dann werden sie... Aber ich dachte, du hättest ja endlich jemanden erschossen. Du hättest doch was sagen. Nein. Ich hab nur Angst, dass du jetzt wieder zu mir guckst und... Was machst du da? Cubi, warum hast du nichts gesagt, dass er AFK steht und du ihn erschießt? Was soll ich da sagen? Na, ich erschieße jetzt. Ja, so nochmal die Runde. Wer lebt? Ich und Peppy. Kalle und... Alter ihr. Ich lebe wahrscheinlich noch. Also Cubi ist mit... Ich hab Cubi gesehen. Der hat geschossen. Einfach so. Und der war Trader, ja. Wieso sind jetzt drei tot auf einmal? Wer ist da grad gewesen? Den erschieße ich jetzt. Ich hab alle... Ne, da leben noch vier. Die sind nicht so bedrohlich. Hey Peppy, Ausschussverfahren! Arsch! 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 Okay, Alex. Ach, Kalli, komm! Komm, Kalli, komm! Komm! Ja, komm doch! What? Es wird ein episches Battle! Ja. Wow! Wat'n Shit! Wat'n Shit! Ich bin der Sniper King! Ich bin der Sniper King! Ich bin der Sniper King! Yo! Kalle, wieso hast du mich überhaupt gekillt? Yo! Was hab'n... Warum hast du mich gekillt? Ich hab'n dich gekillt! Ich hab'n dich gekillt! Das war doch niemals äh... Von wo? Ich warte erst von hinten! Ich hab'n gewartet, dass wir über den Test und am Luftdruck... Ja! Und das Auslieferfahren fünf und wieder! Ne! Detective Beedo ist schon halbtot! Wieso? Was ist passiert? Ja! Weil ich zu blöd war und mich in einen Piranha-Schädelbart gesetzt hab! Ja! 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 Ja!